Wie sehr willst du es? Mediamarkt wollte wissen, wie weit ihr gehen würdet, um 5000 Euro für Elektronik zu kriegen. Ihr habt geantwortet. Und einer von euch wurde ausgewählt, sein Versprechen einzulösen. Der Glückliche. Hier wohnt unser mutiger Gewinner. Dann schauen wir doch mal, ob er schon wach ist. Hallo. Bist du Florian? So ist es, genau. Dein Versprechen für 5000 Euro. Ich würde mich vor laufender Kamera einem Profi-Restler stellen und ordentlich kassieren. Schmerzen. Das hast du dir hoffentlich gut überlegt. Ja, geht los. Wohl eher nicht. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Es war halt so eine Bierlaune, sag ich mal, wie schon gesagt, am Tresen. Und da habe ich mir gedacht, gut, wirst du eh nicht genommen. So schnell kann es gehen. Nur nicht überanstrengend. Oder ist das schon Angstschweiß? Was ist das? Ich wollte mich doch verarschen. Nee, wir meinen das ganz ernst, genau wie dein Gegner. Carsten, Big Dog, Kretschmann. Schnell noch die letzte Ölung, dann auf in den Kampf. Florians Freunde sind auch schon da, um ihren Helden anzufeuern. Ob das was hilft? Die Regeln lauten wie folgt. Es gibt keine. Halt fünf Minuten durch und du bist 5000 Euro reicher. Er hat es gepackt. Was für ein Teufelskerl. Florian hat die 5000 Euro und alles gut überstanden. Ich bin froh, hammerglücklich, dass ich es geschafft habe. Tja, wer will, der kriegt eben. Nicht wahr, Florian? Ich kann meinen Mund nicht ganz spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht ganz spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht ganz spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht spüren, aber alles bestens. Ich kann meinen Mund nicht spüren, aber alles bestens. Vielen Dank.